Rescue, Dayland, Prepare, einen wunderschönen guten Morgen, mein Name ist Ben und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Video. Heute haben wir, schauen wir mal ob das Mikrofon richtig sitzt, eine relativ interessante Geschichte. Mal schauen inwieweit wir hier vorankommen oder auch nicht. Und zwar ein iPhone 11 Pro, das war vorab bei einer anderen Firma in Vechta. Ja, wir haben öfter jetzt schon Geräte aus dieser Kante bekommen, beziehungsweise die die Route genommen haben vorab nach Vechta. Ich möchte ja jetzt keine Namen nennen, weil ich da keinen schlecht reden möchte. Aber immer wieder war die Aussage gegenüber dem Kunden, die CPU sei defekt oder der Prozessor sei defekt und daher wäre keine Datenrettung möglich. Und die Boards sehen auch immer relativ wild aus, wenn die hier ankommen. Ich zeige euch das jetzt mal. Das Ding kam so an, so sieht das von hinten aus, da ist noch ein Aufkleber drauf und so sieht das von innen aus. Und da sind dann die entlöteten Bauteile, da sind Spulen entlötet, Kondensatoren entlötet, Chips entlötet. So kommt das Ding dann her, sieht eigentlich total, mag es jetzt nicht sagen, richtig eklig aus und macht es dann natürlich genau nämlich an dem Punkt für ein Datenrettungsunternehmen wie uns unmöglich, auch weder vom Zeitaufwand oder von der Sinnhaftigkeit her an diesem Board jetzt nochmal zu arbeiten. Und wir sind gezwungen, den forensischen Weg zu laufen und die Bauteile, die für den Datenerhalt zuständig sind, nämlich die CPU, das Logic EPROM und den Speicher zu übernehmen auf ein vorbereitetes Trägerboard. Das Trägerboard habe ich gestern Abend noch schnell vorbereitet und jetzt geht es darum, dass wir die Bauteile von hier übernehmen. Das Schlimme ist, dass wir hier jetzt vorab gar nicht prüfen können, ob alles soweit okay ist. Natürlich kann man von außen gängige Linien, wie die RAM-Linie mal abmessen, man kann schauen, was ist mit den anderen Linien. Aber man kann im Endeffekt erst mit Sicherheit sagen, ob dieser ganze Eingriff von Erfolg gekrönt sein wird, wenn das Gerät dann eben geswappt ist, die logisch gekoppelten Bauteile übertragen sind und das Gerät dann eben startet oder nicht. Und das ist unglaublich blöd und wir machen das eigentlich unglaublich ungern und wir rechnen hier natürlich dann dementsprechend auch eine Risikoausfallpauschale auf und der ganze Eingriff ist natürlich dann dementsprechend auch nochmal teurer, wie wenn das Gerät ohne Vorbehandlung kommt. Wir in der Regel immer einen Weg finden, das Gerät instand zu setzen oder auf einer günstigen Basis zum Buten bewegen können, sagen wir es mal so. Also wenn das Gerät so kommt, weil hier sind uns die Hände gebunden und das Einzige, was man hier noch machen kann, ist dann eben wirklich die für den Datenerhalt logisch miteinander gekoppelten Bauteile übertragen, also sozusagen swappen auf ein funktionsfähiges Logicboard. Die Sache ist eben, man weiß nicht vorab, mit welcher Wärme oder mit wie viel Hitze wurde gearbeitet. Da kommt es ja auch auf ganz, ganz viele Sachen an. Ich finde es immer traurig, im besten Falle passiert einem sowas nicht, aber der Kunde kann ja auch nichts für. Der sendet sowas nach bestem Wissen und Gewissen dann ein und kriegt das Ding dann so zurück. Das ist natürlich alles in allem nicht zufriedenstellend. Wir schauen uns das Ding noch einmal unter dem Mikroskop zusammen an, damit man wirklich mal sehen kann, was da alles gemacht wurde. Also hier fehlen Spulen, hier fehlen Kondensatoren, hier fehlt ein Chip, hier haben wir Überhitzung, Lötbällchen, hier haben wir Lötbällchen, dann auch direkt in der CPU-Nähe. Auf der anderen Seite hier auch schon ein Blech, da fehlt ein Entkopplungskondensator. Also, ja, was soll ich sagen, also alles in allem sieht das natürlich alles andere als sauber aus und so sollte man an die Geschichte meiner Meinung nach nicht rangehen. So, uns bleibt jetzt im Endeffekt ja auch gar nicht mehr viel übrig, weil so ein Board nochmal in irgendeiner Form instand zu setzen, das macht gar keinen Sinn mehr. Das bedeutet, wir laufen jetzt direkt den forensischen Weg und schauen uns dann an, ob das Board nach einem erfolgten Logicboard-Swap dann läuft oder nicht. Und dementsprechend starten wir jetzt hier ohne groß weiter rumzureden und nehmen einmal den Speicher raus, nehmen die CPU raus, nehmen das Logic-EPROM raus, setzen es gleich auf das andere Board und reinigen die Bausteine hier auf. So, reballen die und verlöten die, ich gebe hier auch auf nichts mehr Acht jetzt, das heißt, mich interessieren die Bauteile hier rum nicht, ich schabe keinen Kleber weg, ich bin da jetzt einfach etwas rabiat. . so hier haben wir einmal den speicher den kann man wie schon oft erklärt nicht einzeln auslöten und auslesen aufgrund der verschlüsselung schnappen wir uns die cpu auch hier sind mir die bauteile rundherum völlig egal das bord interessiert mich auch nicht mehr in keinster form ich arbeite nicht mit all zu viel wärme dementsprechend dauert es auch ein bisschen bis die cpu dann bereit ist so wunderbar passt soweit einmal kurz das mikrofon ausschalten test 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 und so und dann nehmen wir uns hier das logic eprom raus setzen das dann auch entsprechend gleich weiter das heißt wir packen das dann gleich auf unser funktionsfähiges logic board gut und jetzt wie wirken wir die cpu dazu ich zeige es euch in der mikroskop einmal entsprechend hier neue klinge klinge ist schon etwas in mitleidenschaft gezogen vorsichtig kleber da weg so dann spannen wir das ganze ein also dann ein relativ viel kleber auch der cpu verblieben Das sehen wir in der Lotkohle. So, und jetzt reinigen wir einmal. Ich schau mal gerade was nach. So, und jetzt wird gereinigt. So, und jetzt wird gereinigt. So, wir haben draußen tatsächlich aktuell relativ kalt. Wir haben Minusgrade. Es spiegelt sich ein bisschen auch in der Raumwärme nieder. Es ist jetzt nicht super kalt hier drin, aber dementsprechend weichen die Temperaturen immer so ein bisschen ab. Das heißt, man braucht dann wirklich aufgrund der Raumwärme meistens ein bisschen mehr Heißluft. So. 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 Und hier sind die Crowdcats. Und wie ihr seht wir haben hier viel Kleber. Viel Kleber bedeutet eben auch viel reinigen, das kann auch ganz anders sein. Manchmal haben wir so gut wie gar keinen Kleber. So. Einmal kurz zwischenreinigen. Die Sache ist halt, dass man sich diese Schritte vermutlich hätte sparen können. Weil wir hatten ja jetzt kein stark verformtes Gerät. Wir hatten keinen schlimmen Wasserschaden. Das heißt, das sind Dinge, wenn man die entsprechenden Circuits kennt, kann man hier den Fehler relativ schnell ermessen. Kann das Ganze dann dementsprechend fachgerecht beheben. Hat dann in der Folge wieder ein gutfähiges Gerät. Und man kann die Daten sichern. Man kann sich das hier alles sparen. Das heißt, man ist wesentlich günstiger und wesentlich schneller durch. Aber was soll ich sagen, manche Dinge sind wie sie sind, wir müssen sie nehmen wie sie kommen. Aktuell wird auch unser David für den CPU-Bereich von mir ausgebildet. Der ist auch tatsächlich schon relativ gut. Ja, Andi ist ja nicht mehr bei uns im Unternehmen. Seit einiger Zeit schon. Und der David hat den Platz quasi übernommen. Und der macht wirklich immens große Fortschritte. Was mich natürlich sehr freut. So, schauen wir, ob wir hier dann noch ein bisschen besser schaben können. Jawoll. Gut. 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 Und ich glaube, wir kommen in relativ großen Schritten jetzt Richtung Ziel. Zwischendrin noch einmal sauber, wie ihr seht, man kann halt wirklich das mal erwischen, man kann das CPU erwischen mit unheimlich viel Kleber, man kann einen erwischen mit unheimlich wenig Kleber, man kann einen erwischen, wo der Kleber dann dementsprechend locker ist, oder man hat eben sowas. So, wunderbar. So, wunderbar. So, wunderbar. Man muss immer je nach Bereich entscheiden, welche Technik man denn gehen möchte. So. 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 Schon relativ hartnäckig der Kleber, wie ihr seht. Aber wie gesagt, völlig unterschiedlich. Es ist mal so, es ist mal so. Und man muss eben durch, ne? So. 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 und auch hier wieder zwischenreinigen lange keine so klebrige cpu mehr muss ich das muss ich jetzt wirklich an der stelle mal sagen jetzt haben wir es aber fast jetzt haben wir es fast wunderbar ja 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 wirklich fast durch sein so und ich denke danach sind wir fertig mit reinigen sehr gut während das lot hier runter kühlt schraube ich schon mal den kleber rund um den speicher weg das logic eprom haben wir ja schon umgesetzt das war jetzt in dem fall wirklich schon das aufwendigste das board habe ich schon vorbereitet gestern abend schnell das heißt das wird nicht bestandteil dieses videos sein über einmal ob das schon okay ist hier so ich glaube hier haben wir noch was das entstören könnte ja ja sehr gut gut ich reinige einmal die rückseite noch damit da das ganze flussmittel und alles mögliche weg ist wir gehen wir hier auf die topcam gut und jetzt schreiten wir schon zum rebo noch einmal ob noch irgendwas stören könnte hier der Kleber vielleicht an der Stelle wenn der zu hoch ist, dann ist das natürlich blöd das da ist jetzt wirklich nur Optik den kann man lassen so, dann brauchen wir den passenden Stencil wir haben hier ein iPhone 11 Pro brauchen wir natürlich auch den Stencil für das iPhone 11 Pro schauen wir mal nach, ob wir den auf die Schnelle finden, ich bin wieder top vorbereitet, nicht aber das macht ja alles nichts schauen wir mal nach, wo wir die iPhone Series haben, hier sind die ganzen Samsung Sachen und hier haben wir doch tatsächlich ein Stencil für iPhone 11 Pro das ist doch wunderbar dann noch schnell sauber dann sieht das doch schon ganz gut aus, oder nisch, Freunde? By the way, wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr da einen Kommentar drunter setzt, das unter Umständen teilt, den Kanal abonniert, wie auch immer, wir geben uns Mühe, wir sind jetzt fast bei 60.000 Abonnenten auf diesem rein deutschen Kanal, rein deutschsprachig, der englische Kanal, der hat jetzt auch schon um die 50.000. das ist ganz cool, das ist ganz cool, das ist ganz cool, aber wir haben auch schon lange nichts mehr gemacht, das heißt in absehbarer Zeit werden wir auch dort wieder angreifen und Gas geben. Aber es war eben auch eine stressige Zeit, mein Papa ist zwischendrin, zwischenzeitlich bei einem Unfall verstorben, wir hatten etliche andere Geschichten, Krankheit etc. und ja, dann steht das Social Media Game ab und an etwas hinten an, dennoch bin ich froh, dass wir das jetzt wieder so aktuell zumindest am Laufen haben, als wir regelmäßige Content Produktion gewährleisten können und ja, dann sollte das doch passen. das sind die 14.000. So, das sieht doch gut aus, glaube ich. Dann können wir gleich den Speicher noch einmal reballen und dann verlöten wir das Ganze und haben dann im allerbesten Falle eine bootfähige Platine. Wir können nur unseren Prozess ordentlich gestalten. Wir können nicht beeinflussen, was da vorher schiefgelaufen ist. Das obliegt leider nicht unserer Macht. Schauen wir uns das einmal an. Das sieht doch gut aus, oder? Das sieht doch richtig gut aus. Das sieht doch gut aus. Na super, oder nicht? Einmal nach hier unten. Das gefällt mir nicht so 100%. Würde ich gerne einmal nachschauen, dass ich irgendwie das Lot von einem auf das andere Pad bisschen rübergezogen habe. Aber auch das sollten wir normalerweise relativ gut geregelt bekommen. Mache ich ungern. Meistens nehme ich in solchen Fällen wirklich noch einmal das komplette Lot runter. Das sind eben Dinge, die passieren bei der Handarbeit. Ja. Vielenfalls fällt sowas auch gar nicht auf. Aber mir gefällt da an der Stelle nicht 100%. Und wir wollen immer 100%. Guckt mal hier. In dem Bereich, ja. So, normal rate ich, und das tue ich auch hier in dem Video, ich rate davon ab zu schaben, wenn man nicht zu 100% weiß, was man tut. Gut, weil schnell reißt so ein Pad mal raus. Aber wenn man hier guckt. Hier. Ja. Und dann sieht man, dass hier ein bisschen Lot fehlt. Natürlich kann man das einzeln draufsetzen. Ja, klar. Kann es aber auch so machen. Und dann sieht man, dass hier ein bisschen Partiell über den Bereich drüber geht. Das warten wir ganz kurz ab. Jetzt ist das Lot nämlich noch relativ weich. Logischerweise haben wir hier jetzt an manchen Stellen, dadurch, dass wir neu aufgetragen haben, ein bisschen mehr. Was absolut okay ist. Gut, und nun? Gut, und nun? Guck mal hier. Vielleicht ist es so aus, dass das passt. Der ein oder andere hätte das vielleicht gar nicht gesehen. Aber mir ist es dann doch schon wichtig, dass das passt. So, jetzt sollte es eigentlich passen. Es fehlt hier auch noch eins. So. Gar kein Thema. Genau das wollte ich nämlich jetzt hier wegnehmen, ja. Und hier hinsetzen. Okay. Ist das okay? Darf ich das? Gut. Wenn es die Heißluft mitspielt, sind wir dann jetzt tatsächlich gleich fertig. Und ich glaube, sie spielt mit. Und dann passt das. Das ist ein Klosmittel. Und dann ist zwar unsere Flussmittelspritze leer, aber wir haben ein durchaus schönes und vor allem gleichmäßiges Ergebnis. So, einmal Flussmittel auffüllen. Und weiter geht's mit dem Speicher. Normal dauert eine CPU auch tatsächlich nicht so lange. Aber ab und an kann man es nicht halten. Wir sind auch hier im Live-Betrieb. Wir kaschieren nichts. Wir spiegeln den wahren Alltag wieder. Und dann calls es, we spiegeln uns hin. Und wir reboilen den Speicher. Einwandfrei, ein bisschen Flussmittel drauf, dann schauen wir uns die CPU noch einmal an. Gucken ob wirklich alles gleichmäßig ist und wenn ja, dann verlüten wir die. Ja, das passt und nun werden wir erst den Speicher verlöten. Das war so. Wow, jetzt aber. Und dann im Anschluss unsere CPU. Jetzt kommt gerade der David. Das sieht man schon schön auf der Kamera, den Jungen. So, jetzt reinigen wir hier einmal. Guten Morgen. Morgen, Morgen. Was ist denn? Ups. Schön zuziehen hier. Ich muss sagen, ich mag den Boardholder, aber ich mag meinen WL mehr. Ja, aktuell noch, aber ich zwinge mich einfach mal damit zu arbeiten, um mal was anderes auszuprobieren. Okay, das passt und dann würde ich sagen, verlöten wir entsprechend unsere CPU. Und dann geht es los. Und dann geht es los. Und dann geht es los. wunderbar ihr seht ihr hat perfekt gelegen da hat sich nichts bewegt das ist sehr gut so lassen wir kurz kühlen schauen uns dann aber schon mal an wie das ganze denn aussieht zu mir von der seite rein vielleicht können wir es erkennen ja auch hier an der ecke sehr gut hier können wir auch so ein bisschen reinschauen das passt so das ist glaube ich besser und ich denke das sieht gut aus und dann können wir jetzt theoretisch schon mal das bootverhalten betrachten so ich brüche die pins so das sieht schon mal gut aus ja ja und hoch damit jawohl wir haben bootverhalten das heißt wir gehen einmal auf die topcam so jetzt brauchen wir ein bildschirm ich weiß nicht ob der hier noch funktioniert der da dabei ist das kann ich euch leider gerade nicht sagen das müssen wir einmal auschecken ob der bildschirm noch funktioniert hast du ein iphone 11 pro bildschirm für mich von dem du weißt dass er funktioniert weil ich weiß nicht was mit dem ist und das ding ist bootfähig ja aber wir brauchen eben noch ein bildschirm zu ich mach dann gerade noch die fpcs sauber das ist lieb dankeschön danke 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 so okay also einmal display anschließen so output aktivieren das heißt wir emulieren die batteriespannung suchen uns hier im ground point und bridgen das ganze mit dem power button hier schauen uns dann das bootverhalten an ich muss kurz halten 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 und sobald es dann hier in einen boot gehen sollte wir sind auch im boot nur dass der bildschirm hier nicht funktioniert gut dann schauen wir nehmen wir einen anderen kann auch sein dass der fpc relativ dreckig ist weil wir haben ganz normales bootverhalten mit der platine schauen uns mal an ja ok so dann schnappen wir uns doch mal den bildschirm der dabei war vielleicht hat unser bildschirm aus dem lager irgendeinen fehler kann ja sein fakt ist wir haben ein normales bootverhalten und bei einem normalen bootverhalten sieht man dann dementsprechend natürlich auch ein bild ja kurz warten so wir haben hier auch kein bild mit dem aber wir haben ein normales bootverhalten das heißt wir haben aktuell eine no image situation bootverhalten ist völlig normal ich schaue mal noch ich habe das jetzt schon zu oft gehabt ich schaue noch nach einem dritten bildschirm eine sekunde ja so Wir schauen noch mit einem dritten Bildschirm. Ich traue da der ganzen Sache nicht. Und wenn nicht, dann müssen wir schauen, warum haben wir denn kein Bild. Weil wie gesagt, Bootverhalten haben wir. Ganz normal. Noch nicht mal High Boot Voltage, irgendwie wegen der Deep Range Caps. Sondern wir haben wirklich ein stinknormales Bootverhalten. So, kurz warten. Und auch hier haben wir kein Bild. Alles klar, dann schauen wir jetzt nach, warum haben wir denn kein Bild. Vielleicht auch mal ganz interessant. Das steht jetzt nicht mit unserem durchgeführten Swap in Verbindung. Aber vielleicht hat die Danner Platine, also unser vorbereitetes Board, irgendwo ein Problem. Das schauen wir jetzt an. Dazu springen wir einmal in unser ZXW rein. Jawohl. Kriegen wir hier sogar angezeigt. Schön. So, wie die Demain. Display to PMU. Display PMU. 1,8 Volt. Dann schauen wir doch mal nach, was damit ist. Oh, guck mal. Das sieht mir doch schon ein bisschen komisch aus da. Naja, wir messen mal. Das ist die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Spannungsabfall. Gehen wir aufs Mikroskop aber zusammen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 261, das passt sogar ganz genau. Das passt zu 100%. Was ist mit der 3 Volt Linie? Ein zweiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die passt auch. Die passt. Wunderbar. Messen wir doch mal von Anfang an. 3, 39. 3, 39. Haben wir Open Line. Das ist klar. Gut, WDD ist sowieso gut. Dann haben wir hier 731. Das passt auch. 3, 68 ist gut. 570, 260. Passt auch alles soweit. Gut, nochmal wieder WDD. Deshalb ist es egal. WDD ist okay. Ja, ist auch okay. Ist auch okay. Open Line und... Ah, MIPI-Linie. Datenlinie, Display. Führt wohin? Führt hier unter unsere CPU? Ja. Aber... Ich vermute mal... Machen wir hier mal auf. Machen wir hier mal auf. Machen wir hier mal auf. Tatsächlich. Schauen wir mal, ob das alles fest sitzt. So, und jetzt messen wir. Das wäre doch ein Ding. Open Line. So, das heißt, wir sind tatsächlich hier, sind wir verbunden, aber hier auf dem Zweier sind wir nicht verbunden. Direkt unter die CPU. Ja? Ja? So, jetzt schauen wir uns mal an, wo das genau unter der CPU sein sollte. Das heißt, wenn wir das Board so drehen, sollten wir hier auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf dem achten Pin an der Seite. Schauen wir mal rein. Ja, liegt hier ein bisschen höher auf, ja? Hier sieht man so, dass er hier ein bisschen höher liegt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und tatsächlich hier an der Nummer 8, seht ihr das? Da fehlt tatsächlich die Verbindung. So, also, nehme ich alles zurück. Wir haben tatsächlich ein Problem, das wir aber lösen werden. Und zwar haben wir No Image, weil uns eine Verbindung hier runter fehlt. Was haben wir hier denn noch? Okay, das ist okay, das machen wir gleich. Also würde ich vorschlagen, wir nehmen das Ding nochmal raus. So, Genau, hat sich was quer verbunden, gar kein Thema. Bekommen wir gelöst, würde ich sagen. Und deshalb, Davids Frage gestern beim Lernen war, da war auch irgendwas gewesen mit einem Bauteil, das glaube ich verloren ging oder so. Und dann hat er gesagt, oder Power IC, andere Seite, kurz geschlossen, nach CPU rausnehmen, sagt er zu mir, dir passiert sowas doch nie. Und dann habe ich gesagt, doch, auch bei mir passiert sowas, weil das ist ein Handwerk. Und überall, wo Menschen mit Händen arbeiten, kann mal sowas passieren. Ja, und da darf man sich nicht grämen und schon gar nicht an sich zweifeln. Das wird nämlich niemanden weiterbringen. Wir haben gesehen, wir haben ein ordentliches Bootverhalten und wegen einem Punkt, der hier nicht sauber verbunden ist, haben wir dann kein Bild. So, und sowas kommt vor. Und dann ist das so und dann lösen wir das. Auf jeden Fall haben wir im ersten Step Komponenten ausgeklammert. Das ist auch immer sehr wichtig. Das ist immer der erste Step. So, nun, Bürste. Bord reinigen. Gut. Dann schauen wir uns mal noch das andere Board an. Das ursprüngliche. Wo ist das? Ob wir da nicht... Doch, die brauchen wir nämlich. Die brauchen wir. Wir haben hier nämlich noch was, was wir brauchen. Das sind die Widerstände hier. Ich spanne das hier gerade mal so ein. Die fehlen uns nämlich auf dem anderen Board. Das habe ich auch irgendwo rausgekramt. Fragt mich nicht, wo. Wir haben einen relativ großen Fundus an Boards. Wenn wir hier jetzt mal vergleichen, sehen wir, okay, hier fehlen uns zwei Bauteile. Und da es Widerstände sind, nehmen wir uns die einfach. Wenn es jetzt Kondensatoren wären und die Linien wären ausreichend kapazitiert, dann könnten wir darauf verzichten. Da es aber eben Widerstände sind und Widerstände verbinden Linien miteinander. Und wir eben ja auch gesehen haben, wäre ganz toll, wenn man die hätte. Dann nehmen wir uns die. Also ziehen wir ein positives Learning aus der Sache und sagen, ist auch gut. Weil so weit habe ich vorher auch noch gar nicht geguckt. Wir transplantieren dann gerade noch diese Widerstände. Da hat die alte Platine doch noch was Gutes gehabt. Wunderbar. Einmal. Sehen wir uns den zweiten. Ein bisschen Flussmittel drunter geht es ein bisschen besser. Und ihr seht, hätten wir eben vielleicht gleich nicht unnötig Zeit sparen wollen und gedacht, oh komm, wir schaben dann da jetzt ein bisschen und richten das so nochmal und hätten gleich nochmal das Lot abgezogen an der CPU. Hätten wir den Re-Ball eben nochmal neu gemacht, was ja auch kein Beinbruch ist, dann hätten wir uns vielleicht diese eine Ehrenrunde hier jetzt gespart. Aber so sehen wir es wiederum als positives Learning und machen es eben einfach nochmal. Ist doch auch ganz schön. Wir haben dadurch zwar mehr Zeit, die drauf geht. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, was da vorher schon verbockt wurde. Dafür sind wir doch, glaube ich, ganz gut angekommen mit dem Ding. Gut. Kurz warten. Dann werden wir einmal die CPU reinigen und dann werden wir die nochmal sauber re-ballen und sauber aufs Board setzen. Was machst du, David? Sauber die CPU selber? Okay. Gut. So. Das Video geht schon eine ganze Stunde. So ein langes Video hatte ich schon lange nicht mehr. Wahnsinn. Das für einen einfachen Swap an einem iPhone 11 droht. Das kann natürlich auch in der Hälfte der Zeit problemlos durchlaufen. Aber kann auch mal länger dauern. So ist es ab und an. So. Dann können wir jetzt aber auch gerade hier in dem Bereich noch den Kleber wegnehmen. Weil auch das kann man dazu führen, ich glaube es zwar hier nicht, weil es eigentlich sehr niedrig, sehr flach ist, dass der Stencil nicht 100% aufliegt, wenn der nicht 100%ig aufliegt, wir haben so einen kleinen Höhenunterschied, da reichen ja, reichen, reichen Mühe, dann ist irgendwo eine Lötkugel etwas dicker als eine andere. Und dann kann sowas natürlich auch entstehen. Auch kann sowas entstehen hierdurch. Dann haben wir auch noch ein bisschen Kleber. Wir machen unter Umständen auch nicht 100% aufliegen. Das haben wir jetzt auch gleich mal mit ausgemerzt. Und ja, jetzt würde ich sagen, nehmen wir uns einfach mal vor, dass es jetzt so läuft, wie es laufen soll. So, haben wir noch irgendwo ein Tuch, an dem noch kein Kontaktreiniger war. Ja, ja, hier. Und dann reboilen wir das Ganze nochmal. Ja, Temperatur gehe ich doch ein bisschen runter. Ja, jetzt ist es besser. Ja, jetzt ist es besser. Gut, und jetzt runterkühlen. Das machen wir alles ganz entspannt. Ganz entspannt. Kein Zeitdruck, kein Nix. Gut, ja, jetzt nehmen wir die Bürste. Säubern einmal. Druckluft. Druckluft. Gut. Das Schlussmittel. Und ein Reflow. sehr gut noch etwas flussmittel und jetzt verlöten wir das auf dem board ich prüfe vorher einmal noch zur sicherheit die boot voltages beziehungsweise das boot verhalten ohne cpu einwandfrei 12 milliampere sehr gut warum habe ich das jetzt geprüft ganz einfach wenn man mit heißluft an der platine gearbeitet haben und ich da im endeffekt auch nichts riskieren möchte jetzt lange genug schon ein teil gearbeitet jetzt schauen wir uns das nochmal an sieht eigentlich ganz sauber aus die andere seite auch noch mal doppelt kontrollieren jawohl gut positionieren wir die cpu mit die ordentlich liegt mit dem halter noch nicht so ganz konfirm ja fällt mir nicht so 100 prozent der halter warum kann ich sogar begründen weil ich diese krallen an der seite habe die habe ich hier eben tatsächlich nicht ja und da ich hier in meinem alten wl mit dem ich irgendwie immer am liebsten arbeitet da komme ich haptisch einfach am besten zurecht damit er wird sich jetzt ein bisschen ziehen wenn man auch hier ist hier wenn man auch hier ist hier in meinem alten wl mit dem halter warum kann ich hier in meinem alten wl mit dem halter warum kann ich das nicht jetzt minimal bewegt gut das war es wir lassen kurz erkalten und checken ab ob wir ein boot verhalten haben und ob wir dann im besten falle auch ein bild haben das wäre natürlich hervorragend können ja an der seite mal reinschauen da haben wir jetzt zwar wieder die widerstände sitzen aber wie man sieht hier pin 8 ist verbunden wir können das auch ganz ganz sehr mal messen das heißt wir messen den spannungs abfall am konnektor der spannungs abfall der ist da und auch hier ist der spannungs abfall wieder da wenn der spannungs abfall da ist dann sollten wir hier jetzt im besten falle beim boot auch wieder ein bild sehen so wir verbinden so wir verbinden nehmen unsere prinzette müssen natürlich die pin treffen ja boot voltage sieht ja boot verhalten sieht gut aus bisher latin ist noch ein bisschen warm ist okay ist 100 milliampere höher und jetzt sollten wir im besten falle einen apfel sehen und da sind wir da sind wir wunderbar ich bin froh ich freue mich richtig megamäßig für den kunden in erster linie für den kunden natürlich immer dass wir hier ein boot verhalten haben dass wir den apfel sehen und dass die aussage aus fechter die cpu wäre defekt mal wieder widerlegt ist ja und das ist meiner meinung nach eben wenn man so ein gerät jawohl und wir sehen natürlich auch den entsperrbildschirm und es dauert kurz hier der touch funktioniert mega geil ich freue mich ohne ende super super geil super geile reparatur auch tatsächlich ich fand es auch geil dass wir da jetzt den stolper stein hatten dass die cpu beim ersten mal nicht 100 prozent war dass wir dann die mipi line noch mal essen konnten fürs display datenlinie umgesehen haben wir haben kein bild und es liegt tatsächlich an der cpu shame on me aber ihr habt gesehen es hat funktioniert grüße nach fechter ich mag euch nicht schlecht machen versteht es nicht falsch aber bitte wenn ihr sowas annehmen da zählt doch nicht dem kunden die cpu seite effekt sondern lagert das ding aus oder sagt wir können das nicht tun schickt es doch zu rescue ich danke euch für die aufmerksamkeit wir sehen uns im nächsten video wieder danke bis dahin ciao